Abonniert GutenMorgenInternet, wenn ihr das hier Kelly nein, Kelly aus, auch Hundi Das hier Langsta... Oder das hier sehen wollt Bis dahin! Hey, ihr kennt doch bestimmt alle gute Frage.net Sie behaupten von sich aus, sie werden die größte deutschsprachige Frage-Antwort-Plattform Hier helfen sich Millionen Menschen gegenseitig anonym und schnell Anonym, immer eine gute Idee im Internet Vor allem, wenn man ernsthaft Fragen beantwortet bekommen will Stimme ich voll zu Ich bin darauf gekommen, weil ich manchmal Links von euch zugesendet bekomme Von Fragen, die über mich gestellt werden Und die sind halt einfach... weird? Und ich werde heute versuchen, ein paar Antworten auf diese Fragen zu geben Zumindest... Wenn die anonymen Leute auf gute Fragen.net es nicht geschafft haben Ich bin mir sicher, sie tun einen wundervollen Job Ich würde sagen, wir steigen mit einem Klassiker ein Singen Gronkh und Mrs. V-Lock verwandt, weil irgendwer meinte, dass Gronkh der Vater von Kelly, also Mrs. V-Lock ist Gronkh hat keine Kinder Er ist zwar 35, aber man hätte doch wohl was davon gehört, wenn er Vater geworden wäre Kanntest du Gronkh schon die ganze Zeit? Kennst du Gronkh so gut, dass er dir sagen würde, ob er Kinder hat oder nicht? Wie wäre es mal mit dem Argument, er ist 35, also ist es fucking super unwahrscheinlich Allein schon vom Alter her, wenn ich 23 bin Das ist übrigens als hilfreichste Antwort markiert Und der Verfasser heißt Roffelkopter Und er scheint nicht der Typ zu sein, der irgendwen im Stich lässt Gronkh lässt dich im Stich? Wenn er nicht jedes einzelne Detail seines Privatlebens preisgibt? Ernsthaft? Trotzdem werde ich nie preisgeben, ob Gronkh jetzt wirklich mein Vater ist oder nicht Nächste Frage Verliebt in einen Promi Habt ihr gemerkt, wie schwer es mir fällt, diesen Begriff auszusprechen? Promi Vor allem, weil Promis in Deutschland nicht wirklich Promis, sondern eher Leute sind? Figuren, über die die Deutschen lachen können? Gibt es ernsthaft einen Promi da draußen? Obwohl bei der Definition, die ich gerade gegeben habe... Ich bin männlich und ich habe mich in eine bekannte Person verliebt Vielleicht kennt ihr sie, sie heißt Mrs. V-Lock Sie hat einen Youtube Channel Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber sie ist meine absolute Traumfrau Und das schönste Mädchen auf Erden Sie ist so süß und ich liebe ihre Art, ihren Humor, einfach alles an ihr Ich will sie unbedingt als Freundin, hätte ich als normaler Bürger eine Chance bei ihr zu landen Wie kann ich sie kontaktieren, dass sie auf mich aufmerksam wird? Das schreiben ihr ja tausende von Leuten täglich Da bin ich auch mal gespannt Jetzt sind Youtube Blogger auch schon Promis? Chill, das ist nur ein Begriff so Kennt ihr diese Leute, die sich einfach über so unnötige Sachen aufregen? Genauso wie diese Leute, die ein Video von mir anklicken Und dann in die Kommentare gehen und mega rage und sowas schreiben wie Wieso wird mir dieses Video so oft angezeigt? Ich will dieses Video nicht anklicken! Mann, so ne Scheiße! Du Vollidiot, hast es gerade angeklickt Youtube hat dich drangekriegt und du bist sauer drüber Du bist auf ne Maschine reingefallen Da sie erkennt, wirklicher Promi ist, sind die Chancen umso besser Schreib mir doch einfach eine Nachricht, aber werd jetzt nicht hier so zum Promistalker Jetzt bin ich doch ein Promi oder was? Hallo, weiß irgendjemand auf diesem Planeten was er eigentlich will? Hast du schon mal privat mit ihr geredet? Anscheinend nicht, also wie meinst du dann sie lieben zu können? Such sie jemanden, den du liebst, weil du ihn so magst wie er ist Wo kommen diese ganzen wütenden Leute im Internet her? Ich verstehe das echt nicht Die Chance ist tatsächlich ziemlich gering Ich sag das nur so ungern, weil wenn jetzt mein Traumanzug guckt und das sieht Und sich jetzt genau in dem Moment denkt, oh shit, naja, ich geh die Liesl von nebenan Dann bin ich halt im Arsch Wie kann ich Kelly Mrs. V-Log kontaktieren? Ich bin total verliebt in sie und will sie daten Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Dates hasse? Ich war ein einziges Mal in meinem Leben auf einem Und ich cringe mich heute noch zu Tode, wenn ich dran zurückdenke Es war nicht schlimm, aber du kennst jemanden nicht? Und dann sitzt du da und isst was Und dann redet man über belangloses Zeug Ich hab keine Zeit für sowas, aber gut, du meinst mit Daten wahrscheinlich auf mehrere Dates sehen A.k.a. zusammen sein Ich weiß nicht, was das für eine Motion nenntes Sie ist unerreichbar für dich, für jeden Fan eigentlich Du bräuchtest schon extrem viel Glück Schlag sie dir aus dem Kopf Da haben wir einen richtigen Optimisten erwischt Warum halten sich so viele Leute im Internet berufen dazu, ihren Senf zu Sachen zu geben Und zu denken, sie wissen alles besser? Ruf sie an und frag sie nach ihrer Nummer Sau lustig Hey liebe Community Weiß einer von euch vielleicht welches Schnittprogramm Kelly Mrs Vlog benutzt? Danke schon mal im Voraus Sie benutzt Adobe Premium Adobe Adobe Wer zum Teufel weiß eigentlich, wie man das ausspricht Da es etwas kostet, würde ich Lightworks benutzen Das ist kostenlos und es werden damit Blockbuster geschnitten Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Blockbuster mit einem Programm, das umsonst im Internet verfügbar ist Außerdem sieht man noch an meinen unglaublichen Künsten Das ist Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro Und stellt eine Beziehungsfrage Und zwar so eine unrealistische Beziehungsfrage Das Was ist ihr Freund einer von den beiden, der vorher auf gute Frage gefragt hat, wie man mich kennenlernen kann, weil er vermiedliebt in mich ist Weil dann, ich spüre da irgendwie eine komische Verbindung Melli 1509 Es wäre gut, wenn du mir dein Geschlecht und Alter von euch beiden mitteilst Das kann einen Unterschied machen Genau, gib noch mehr persönliche Informationen an anonyme Leute im Internet weiter Das ist absolut der richtige Weg, ein Problem anzugehen Niedlich ist sie ja, labert nur zu viel Bitte? Ich kann auch einfach hier sitzen und nichts sagen Das verstehe ich nicht, warum das manche Leute nicht realisieren Dass du dich nicht in ein Video setzen kannst und einfach wenig labern kannst Abgesehen davon in meinem Privatleben laber ich schon viel Aber das kann er nicht wissen Es war einfach nur gut geraten Ich habe auf meinem iPhone 5c ein Autogramm von Kelly und habe Angst, dass es mit der Zeit abgeht Gibt es vielleicht irgendwelche Tricks, dass es haltet? Oh mein Gott, das ist immer so super wow Auf Handys zu unterschreiben Wisst ihr eigentlich, was das für ein Druck ist? Die Leute müssen ständig damit rumlaufen Und die Verführung, deinen Penis drauf zu malen, ist immer wirklich groß Mitten auf dem Screen so Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch Bitte Außerdem könnt ihr neben dem kleinen Abonnier-Button, den jeder kennt, dieses Glöckchen aktivieren Dann bekommt ihr direkt eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe Und das würde die Sache um einiges leichter machen Falls ihr Bock drauf habt Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video Bis dahin Tschüss!